Zahlreiche Menschen aus Linz und Umgebung fiebern jede Woche dem Freitag und Samstag entgegen, wenn Schurms Hofladen in Lichtenberg seine Pforten öffnet. Der Hofladen hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Erzeugnisse von Bauern aus der Region den Konsumenten zugänglich zu machen. Diese werden allesamt mit Erfahrung, Fachwissen und Liebe hergestellt. Ob Fleischwaren, Bauerngebäck, Joghurt und Käse, Bauernbutter oder Essig, hier weiß man einfach, wo es herkommt. Mehrfach mit Medaillen prämiert erfreuen sich die Fruchtsäfte, Sirupe, Destillate, Marmeladen und vor allem die liebevoll zusammengestellten Geschenkboxen größter Beliebtheit. Das Unternehmen wurde übrigens mit dem Gütesiegel Gutes vom Bauernhof und von der Initiative Genussland Oberösterreich ausgezeichnet. Mehr Infos gibt's auf www.schurms.at Schurms Hofladen – frisch, saftig, ehrlich. Untertitelung des ZDF, 2020